Jo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops und im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet und ich muss sagen Leute, mir ist gerade aufgefallen, es ist glaube ich heute der erste Shop, wo ich euch keinen einzigen Skin so wirklich empfehlen kann, also der heutige Shop ist jetzt nicht besonders scheiße, aber es sind auch echt keine besonders krassen Items drin, also ich glaube, das hatte ich noch nie, dass ich, wenn ich mir so den Shop angeschaut habe, so kein einziges Item hatte, wo ich gesagt habe, yo Leute, das ist geil, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, das ist heute wirklich seit 270 Tagen, mache ich den Shop bald, heute wirklich eigentlich das erste Mal, dass ich sowas hatte, also ja, es gibt auch mal wieder was Neues, auf jeden Fall im ersten Slot heute den Magnuskin drin, ja, ist ganz okay, ich finde ja den Backpacker nicht ganz cool, diesen Umhang hier, aber ansonsten ist es glaube ich auch kein Must-Have Skin, also ja, ist in Ordnung, dazu haben wir noch die Hacke, auch die ist eigentlich ganz okay, wir haben heute eigentlich alles, was wir hier drin haben, die Anschlagshacke für 800 V-Bucks, der Sound hier, Dann haben wir noch im nächsten Slot den Vertex-Skin drin, für 2000 V-Bucks, ebenfalls ein legendärer Skin, er hat auch so ein, ja, Backpacker, sowas wie so ein Fallschirm, ja, ist in Ordnung, würde ich aber jetzt auch nicht besonders empfehlen, dann haben wir noch die Rasierschnittlich-Hacke, die so, so Leuchteffekte hat, hier so Blitze dran, ich spüre mal kurz den Sound ab, Ja, der Sound ist eigentlich ganz nice, und dann haben wir noch den Gleiter drin, den Vorreiter, für 800 V-Bucks, auch der hat solche Blitzeffekte, solche gelben oder orangenen, ja, auch das ist noch in Ordnung, damit kommen wir schon zur rechten Service-Holding-Shops, da haben wir erstmal den Pop-Locky-Mode drin, für 800 V-Bucks, Dann haben wir noch den Stage-Dev-Gleiter, für 800 V-Bucks, und noch die Stormtrooperin, das einzige Item im Shop, was ich heute noch nicht gekauft hatte, ich weiß nicht, irgendwie finde ich den Skin doch zu Default, also er schaut mir doch zu sehr nach einem No-Skin aus, dass ich gedacht habe, wenn ich den spiele, dann merkt eigentlich kaum jemand, dass ich überhaupt einen Skin habe, also wofür der 8 Euro ausgeben, Ich weiß, dass es manche Leute gibt, die den sehr feiern, ja, okay, sollen sie auch, aber, ja, Geschmäcke sind ja verschieden, und in meinem Fall ist es auf jeden Fall jetzt leider nicht, Dann haben wir noch die Arctic-Assistin drin, ein schon recht alter Skin, für 1200 V-Bucks, ja, der kam aber jetzt halt sehr, sehr früh zu Fortnite raus, habe ich mir damit gekauft, aber auch schon bestimmt seit einem Jahr nicht mehr gespielt, würde ich also jetzt auch nicht so besonders empfehlen, Dann noch den Überzeuger, die meiner Meinung nach schlechteste Hacke in Fortnite, für 800 V-Bucks, ich spüre mal kurz den Sound-Effekt ab, Ja, würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, obwohl ich die Idee ganz cool finde, aber ich finde die Umsetzung ist leider echt nicht gut, Und dann haben wir noch im letzten Zeit des heutigen Tages die T-Pose drin, für 200 V-Bucks, genau, hat diesen Bassing-Sound, Und, aber auch das ist jetzt nichts, was man sich unbedingt holen sollte, deswegen auch dafür keine besondere Empfehlung, und, ja, das war's dann eigentlich schon zum heutigen Job, Wie gesagt, heute echt nichts Besonderes drin, kann ich euch heute also jetzt nächstes hier so krass empfehlen, vielleicht die V-Bucks dann eher sparen, Und vielleicht dann morgen oder so, wenn was cooles Neues kommt, sich das holt, oder euch gefällt hier irgendwas, dann könnt ihr das natürlich gerne holen, Und wenn ihr euch was holt, könnt ihr natürlich gerne immer Stocksy als Creator angeben, also S-N-O-X-H-I, wie mein Kanal mit einem E-Mail dran, Würde mich sehr freuen, wenn ihr das dort eintragt, vielen, vielen Dank an jenen, der das macht, der mich damit unterstützt, ist komplett kostenlos, Und, ja, könnt ihr alle 14 Tage dort quasi neu eintragen, deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr dort Stocksy eintragen würdet, Und, ja, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop, wenn es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn der Shop heute nicht so gut ist, Könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen, falls ihr neu seid, könnt ihr gerne auch abonnieren, Und auch wieder recht zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop so fandet, also Top oder Flop, und, ja, dann wünsche ich euch allen noch einen entspannten Tag, Wir hören uns morgen wieder zum nächsten Daily Shop, vielleicht sogar heute Abend schon zu einem Stream, schauen wir mal, Und, ja, bis dann, macht's gut und rein, tschüss!